Hallo, Kirk Junge hier vom golflernen.net. Hier sehen Sie meinen Setup for Impact Golfschwung. Setup heißt Ansprechposition und Impact ist Treffmoment. Und Setup for Impact ist die einfachste Methode, was Sie lernen können in Deutschland. Wir stehen in Ansprechposition ganz nah zu wo wir im Treffmoment sein müssen. Das heißt mit Körper sind die Hüfte ein bisschen weiter links Richtung Ziel geschoben am Start. Und da gibt auch den Oberkörper ist ein bisschen dann vom Gefühl ein bisschen mehr nach rechts gekippt. Und das ist eher in der Nähe von unserer Ansprechposition oder eine ideale Ansprechposition. Und Sie können auch sehen, dass mein Golfschläger hat den Griff vor dem Schlägerblatt so in Ansprechposition genau wie wir das brauchen im Treffmoment. So Sie können das Schritt für Schritt lernen auf golflernen.net. Da gibt es alle Übungen, Griffhaltung, Ansprechposition, so dass Sie das Spiel viel viel leichter machen können. Sie sehen dann im Schwung, was ich mache. Ich brauche nur nach hinten zu rotieren und dann komme ich einfach zurück zum Ball in ungefähr die gleiche Position. Das war so ungefähr ein halber Schwung. Ich war da ein bisschen üben. Aber das ist auch, was Sie ausfinden auf meiner Website, dass wir fangen mit kurzen Schwungen an. Das ist für Chipping, Pitching, Bunkerschläger und alles. Machen wir das so leicht wie möglich. Und dann schauen wir den Treffmoment im Vergleich mit Ansprechposition. Sie können sehen, ich habe hier die gleiche Winkel, wie ich am Start hatte. Das heißt, das ist ungefähr genau gleich. Sie können auch hier sehen, dass die Winkel hier mit meinem Körper ist ungefähr gleich. Da ist ganz wenig Unterschied da. Sie können auch, was auch wichtig ist, ein wichtiger Teil zu dem Schwung, mache ich eine gelbe Linie hier, ist, dass die Hüfte wird nicht höher im Treffmoment gehen, wie man den konventionellen Schwung sieht. Das heißt, das ist ein sehr wuckend, freundlicher Galschwung. Das bleibt auf der gleiche Höhe hier, wo man den konventionellen Schwung, wenn Sie mal in anderen Videos auf YouTube anschauen wollen, Sie sehen, dass die Hüfte, bei meisten die besseren Spieler, sind oft acht bis zwölf Zentimeter höher vom Ansprechposition bis zum Treffmoment. Und das macht extrem Stress an der Wirbelsäule und viele, viele Verletzungen. So, die restliche Bewegung sieht ganz normal aus. Es ist die Ansprechposition, was sehr, sehr viel einfacher, gute Schläge bringt für jeder. Meiste Leute schlagen auch danach weiter und viel, viel konstanter. Das ist unser Ziel. Ich gebe Golfunterricht und Kurse im Internationale Golf Club Bonn. Bitte über meine Website golflernen.net kontaktieren oder golflernen.net at gmail.com. Sie können mich auch kontaktieren. Sie können auch auf der Website Schritt für Schritt lernen. Griff, Ansprechposition und einfache Übungen, was Sie auch zu Hause machen können. Eine sehr günstige Mitgliedschaft erlaubt auch, dass Sie Videos von meiner Analyse reinschicken können. Vielen Dank. Bitte hier auf YouTube abonnieren und viel Spaß. Schönen Tag noch. Danke.